Ich bin nach Accra vor einem Jahr gefahren. Und Sie? Ich fahre nach Accra in einem Jahr. Peter ist nach Stockholm vor zwei Wochen geflogen. Und Monika? Sie wird nach Stockholm in zwei Wochen fliegen. Frank und Alan sind nach Tokio vor zwei Tagen zurückgefahren. Und Sie und Alice? Sie werden in zwei Tagen nach Tokio zurückfahren. Wir sind nach Paris vor einem Monat gefahren. Und Sie? Sie werden nach Paris in einem Monat fahren. Der Zug ist nach Genf vor einer Stunde abgefahren. Und wann wird der nächste Zug fahren? Er wird in einer Stunde nach Genf abfahren. Alice ist nach Teheran vor zwei Tagen geflogen. Und Sie? Ich werde nach Teheran in zwei Tagen fliegen. Georg und Ilse sind nach London vor einer Stunde gefahren. Und Sie und Petra? Wir werden nach London in einer Stunde fliegen. Das Flugzeug ist nach Berlin vor drei Stunden abgeflogen. Und wann wird das nächste Flugzeug abfliegen? Es wird in drei Stunden nach Berlin fliegen.